Na, wie geht's dir? Hm, gut. Scheiße, was war das? Na, was ist? Sind sie okay? Scheiße. Na, Jungs, wie geht's euch? Nicht so gut. Was wissen wir, wer ist das Fahrer und wo wohnt er? Wo wohnt das Kind? Er wohnt in Großstraße 6. Okay, wir fahren dort. Die Eltern von das Kind haben ja viel Geld. Sie haben das neueste Porsche. Ja. Ja, hallo. Ihr Sohn ist tot. Wir haben ihn in ein rotes Cabrio gefunden. Da war ein Unfall. Oh Gott, Max, komm mal her. Ja, was ist los? Ihr Sohn ist tot. Er war in einem Unfall heute Morgen. Was? Unsere beiden Kinder waren heute Morgen geraubt. Wir wissen nicht, wo sie sind. Wir versuchen, ihr Kind zu finden. Hallo, Schatz. Ja? Kannst du bitte uns helfen? Kannst du bitte finden, wo wohnt ein Money-Bauer? Ja, okay, Schatz. Okay, danke. Ich denke, der Deben möchte die Kinder mit Geld tauschen. Ja, das könnte ja sein. Aber er ist tot. Ja. Jungs, ich habe gefunden, wo er wohnt. Er wohnt genau hier. Ich habe das Adresse draufgeschrieben. Okay, danke, Sandra. Ja, okay. Ich weiß, wo es ist. Hadi, fahren wir dort. Ja, okay. Und, äh, wir müssen Verstärkung auch rufen. Ja. Na, wo ist der Money? Hm, keine Ahnung. Ah, das ist nicht gut. Okay, wir müssen schnell dort fahren. Äh, nehmen wir deine Porsche. Okay, okay. Ey, was passiert draußen? Guck mal. Die Bullen. Scheiße. Okay, wir müssen weg. Schnell. Dennis. Oh, das ist sicher. Schnell, wir müssen ihn verhafen. Ich gehe mal rein. Ich muss das Kind... ...finden. Okay, Gräm. Mach das. Hey! Komm mal her. Ja, alles ist okay. Wir gehen jetzt zu deinen Eltern. Tim! Oh mein Gott, alles ist okay. Oh, thank God. Oh, alles ist okay. Harry, fahren wir zum Karre? Natürlich! Na, dann los. Ja.